Die brauche ich für meine Magisterarbeit. Das ist ein altes T-Shirt von mir. Aber ich wollte wieder anfangen. Hier sagt doch Oma was. Was soll ich denn sagen? Müllabfuhr. Ich will die doch lesen. Jetzt hilf mir doch mal. Sag ihr, dass ihr aufhören soll. Die hab ich extra aufgehoben. Das sind doch Herrenklamotten. Wenn nicht, dass du rumläufst wie ein Penner. Dass die Eltern reden dürfen. Uah, du bist verrückt. Aua. 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 Lass mich in Ruhe. Nein. Herr Migli? Migli raus. Glick. Die braucht eine Spritze, wir müssen den Krankenwagen rufen. Und dann? Willst du sie gleich in die Klapsmühle bringen? Sag ich ruhig. Ich lass die in Ruhe. Sie hätt' gesagt, sie will aufholen. Migli aufeuern. Hast du gerade gesagt, ich soll meinen Mund halten? Ich kann deine keifende Stimme nicht mehr hören. Du bist wie ein kleines Kind. Wie Romy. Sie ist weg. Bleibt es hier.